Nice, das kann ich nicht weiter starten. Ich weiß nicht, ist der Jimmy. Und wohin Auszeit? Der ist aus Bulgarien oder so. Alter. Outside? Ja, kann versuchen. Ja, wir müssen auf die H.E.s warten. Kein Anlage-Garage-Smoke von euch. Ne. Kein Smoke. Ja, mach mal Platz, Sven. Jo, der rennt einfach durch. Tief halt nicht so. Ja, hab ich nicht gesagt, die sollen warten. Einer ist aus der Kisten. Under Heaven oder so. Maynard geschluckt, Maynard geschluckt. Einer ist an dem roten Ding. Jo, ich seh nicht, wenn ich Kills mache. Oh, ist klar. Wenn schon. Ah, warte da, wer immer das Secret ist. Der geht Main. Adrian. Ähm. Wo, wo, wo? Ne, ich wollte... Ich keine Ahnung. Der Vorwenz wurde gekillt, aber ich habe mich auf jeden Fall einer nicht gedeckt. Der muss der Ausbau sein. Der letzte. Oder? Wer ist der letzte? Wer ist der letzte? Der Rampe. Der Rampe. Der Rampe. Der Rampe. Die sind beide Low. Beide Low. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ich blende sie für Main. Ich seh die Kill... Alles, ah ihr? Der SPB, du. Na. War ein bisschen da gewesen. Ja ich wollte gucken ob der hier durchkommt. Geh... Da rein! Bleib da! Ich rede nicht, weil er muss sich konzentrieren. Ich reconnecte mal kurz. Benz, Benz. Defused. Renn. Nice. Haben wir die Runde gewonnen? Ja. Idiot, ey. Gut, der vermählt. Wisst ihr, was wir brauchen? MP7. Ja, ich würde sagen, MP ist nur ein A-Waschen, oder? Ne, A mag ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, Rampe. Boah, ich bin da drin, ja. Okay, Rampe. Wampuascht, Tobi. Ich glaube, der schreibt. Ich glaube nicht. Was heißt eigentlich U? Wollen wir uns da mit irgendwas sagen? Smoken, oha. Da unten warte ich voneinander. Ich guck hinten. Ich guck hinten. Ja, wo sind die? Das ist keiner. Das ist keiner. Hinter den Boxen! Hinter den... Ich seh wieder an, wie er als Dings kommt. Seh wieder... Okay, ich geh runter auf B. Ich guck rechts. Ich guck rechts. Windows sieht clear aus. Guck mal unter dir. Hinten Leck geguckt. Letzter ist Lobby. Lobby, last guy. Und für Sixty. Ratser. Fuck. Jetzt seh ich auch wieder, wenn ich Kills mache. Den einen. Er hat vier. Oh, lol. Ist ganz praktisch. Ja, wenn man vier Stück hat. Oh, da ist noch jemand ohne Death? Ne, weil... Ich hab auch, wenn ich... Meine Schadensanzeige unten links war weg. Und meine Schadensanzeige. Ah, ja. Hattest du denn den Millimeter? Hölle hat noch keinen Test. Was? Töten? Ah, Männer. Ist halt nicht so geil, wenn du dann... Nicht sehen kannst, wie viel Leben du noch hast. Wer ist lang? Nein. Oh, mhm. Warum sag ich jetzt überhaupt dem? Leute, pusht! Alter. Underhaven, Underhaven. Two ramp, two ramp. Das sind zwei Stück. Lass nach A, lass nach A, oder? Warte, einer. Ja. Komm. Ey, ey, ey. Kommt mit zu... Ey, spot last guy. I'm going to B. Ich guck dem eure Maid zu. Das ist Heaven. Leute, ihr habt ja voll viel geholt. Vents, 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 Vents! Ja, Jungens. Wieso beschützt mich keiner? Wie der Prost ist überhaupt auf Heaven? Ist die Frage. Geht zusammen. Go together. Go together. Und? Alter. Go. Ich krieg hier YouTube-Nachrichten. Oh, ne. Der ist schon unten. Tapp mal raus. Der Maid geht sich gut aus runter. Zähl ab. Schau, gut schon. Ihr müsst planten oder so, ne? Wenn ihr unten nicht weiß... Take a weapon. Take a weapon. Wöppel. Take a weapon. Wöppel. Jetzt hab ich keine... Jetzt kann ich nur einen scheiß Galil holen, so ne Kacke. Ich dropp? Oder hast du schon gekauft? Ne, ich hab schon einen, aber ich kann keine Granaten holen. Das will. Ich bleib bei meinen MP7. Die feier ich grad Vorteil. Sollen wir A waschen, oder? Mh... Ne, jetzt sind die Waffen das, wenn ich so klug. Ich werd warten, ob die jetzt pushen, ob die... ...hals gut ausspielen. Ramp hat grad gepusht. Ja, können wir mal abwarten. Guckst du lang? Ne, outside. Sinn. Pass auf! Weg da, weg da! Wer ist das? Okay, es wurde wieder gelöscht. Ich sah einer hinter den Boxen. Hast du eigentlich schon noch Rampe drauf? Ja. Ich glaub... Weiß, Sven. Hast du den Main geholt? There's no one. Doch! Alter, ich liebe die. Vent ist einer, oder? One vent, I think. Die wurden aufgeschossen. Die wurden nur aufgeschossen. Die wurden nur aufgeschossen. Seid ihr bei B? Ja. Ist einer mit dem Team, Alter? Habt ihr B geplantet? Ja. Team mit halt. Wo ist der? Vent ist tot. Ich glaub, er außen ist der. Ja, ich meine auch. Schisch. Schisch. Was soll denn der safen? Ich geh mal am spawn gucken. äh, ich hab grad irgendwo ne Leiter gehört ja, guckt einer auf die Bombe nö Alter, wenn er jetzt die Fuchs hätte, ne ich hab den Fehler gemacht, ich hab mein MP7 weggetan ich brauch nen Skin für die Waffe ich hab, äh, wie heißt die Ammonized, warte genau, Anodized Navy hab ich dafür hab ich mal gut dort bekommen Rampe kommt relativ gut durch, da war grad keiner soll man versuchen Können wir machen, wer ist der AfKat, Sven ich glaub, komm mal wieder Skype rein, ich glaub da grad draußen ja okay, der haben gesmoked wir haben hier gesmoked auf Pommes ist es was, oder Scout auf, äh, Rampe Mann, ich rede ganz weit, jemand antwortet mir ja, du hast geil raus wahrscheinlich Alter, was macht dieser Wormi da, wie ist der? ich hab eben mit der P90 auf, äh, von Blue Box einen AWP da, einen Main getötet, das ist so geil wie ist der Rampe drauf? ich bin, hinter die Boxen, hinter die Boxen, kill den hab ihn Wauk ich, wauk ich, mir ist mega laut ich auch ich guck, Underhaven wenn es einer oder habt ihr aufgemacht ich nicht i think fans das war ich jetzt ich bleib bei rampe wenns oder habt ihr angesehen einer hat angesehen aber ja von wort für wort hat er geplantet oh fuck wieder fast ein teammate gekillt noch kein death ich muss sagen easy das wird kein death oh das wird ein schöner headshot das traut er sich nicht mach nicht mach nicht ich ehme ich ehme philip da hast du nicht die eier zu auf dein linkes auge das macht er nicht ich bleib jetzt einfach stehen warst du echt auf meinem kopf drauf ja puß mich mal einer bitte kisten rampe klappt so gut da gehe ich doch gleich noch mal hin als wir jetzt noch mal den jump hier aus 50 ap verloren scheiße eigentlich steht recht hier in der box die fläche recht hier in der box vor uns ich krieg diesen jump hier nicht hin na lol der voll die schlechtere reaktionszeit gehabt wo ist der zwei außen hat der teammate geschrieben lol to ramp to ramp einer diesen gelben teile hinter der kiste einer ist runter gesprungen hier links um die ecke war einer philip und einer ist runter gesprungen fallen schön ich war mir unsicht ob das ein diegner aber plantel fans oder habt ihr aufgemacht ich war das plantel sven ich guck dem random zu alter teammate 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 alter defusing gut job alter ich dachte schon schießt ihr auf das war kein mate das war kein mate warum soll ich euch denn platen lassen wenn ich ein ct wäre nein der teammate hat auf einen von euch window geschossen ja ich war das warum ich hab einfach reingelackt er braucht jemand was ich hab ich geb euch ne tech 9 hier ich hab kohle ich brauche wieder armor du hab mir mal ein tech 9 ihr habt ja alle tech 9 beruf mich bitte einer mal ja silo nein leider nicht wir haben einen zuschauer soll ich dich bewüsten oder nicht wir haben einen ich kann es nicht wo wo ich bin bei der nichts noch einer garish garish hat den armen ja jetzt wenn nicht felsen der aimt ab ich booste ich booste 1 ramp 1 ramp ich bin mit 3 leuten rampen was machen die denn ja weil ich ja die ganze zeit durchkommen so ich bin ja trotzdem dumm er gibt mal die bombe sven er gibt mal die bombe ich könnte außen locker gehen das ist eine rade er weiß gar nicht drauf könnt ihr aufmachen es gibt ja ok es ist AUC oder also erst kann ich schreiben wo war er ich weiß nicht ja ihr müsst gucken es guckt keiner von hinten listener er fällt auf dem silo garage ist was Oh Tim, hol dir doch! Der ist rechts! Tim! Ey, Heaven runtergeschüttet! Einer Main! Ja, einer Main ist rein! Einer ist gerrisch! Du hast so viel Zeit zu ziehen, Tim! Was? Ich hab' den nicht gesehen! Warum sieht der mich? Link ist auch noch einer gewesen in den Slender Main Sven, geh mal vor und guck links! Nein, guck nicht! Guck weg! Guck weg! Guck zum Flash! Okay Wo sind die? Rechts, rechts von hier! Ich hab' euch keine Zeit mehr! Ich geh' A rein, ich geh' A rein! Mach's schon, ey! Ah! Main, Main, Main ist einer! Boah! Da hat er viel zu langsam gespielt! Ja, da fehlt einfach mal ein MP7! Da fehlt es! Genug AWP für heute! Wir haben einen Zuschauer, wir sind voll fame! Äh, das ist mal A-Wash! A-Wash! Oh ne, mein erster Death! Scheiße! Boop! Boop! Alter! Den krieg willst du nicht! Go, 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 go! Okay! Ja, was macht ihr denn? Geht doch! Heaven! Cover mich von Heaven! Ich geh' Lobby, ich geh' Lobby! Ich geh' Robots kurz! Oh! Es ist Heaven! Heaven, Heaven! Die hat er geschluckt! Heaven! Von hinten, du scheiß Teammate, Junge! Alter! Wo sind die? Blue Box! Blue Box! Blue Box! Blue Box! Tot! Scheiß Teammate! Der hat da gedeckt! Heaven, einer! Einer! Lauf! Oh! Oh! Bombe! Nein! Lass das! Wie oft hat Philip eigentlich die Bombe geplantet? Ähm... Kann ich dir sagen? Zwölf Kills, 24... Bestimmt fünfmal oder sechsmal. Und da hab ich auch... halt viele Punkte bekommen. GO! Hier ist es nicht bereit! Flatbang! Oh! Oh! Die Flech! Vor auf die Kante. Die fx- Ich glaub wir mussten jetzt! Tschüss! Ja! Ich throw in Flamate! Alter, was ist denn ich bin? Ne, Sven. Wo sind die, wo sind die? Sven wieder raus? Aus Mirage ist letzter. Ja, ist aber Hepten 60 gegeben. Nummer 33, Protocontainer außen. Ist ja der Aave. Ich hab die Aave, will die einer? Ja, dann muss ich wohl Aave spielen. Du lagst grad bei mir. Alter. Alter, die Flash, Mann. Die kam nicht von mir übrigens. Ich bin da unschuld, Sven. Soll ich boosten? Ich schütze mich mal einer von außen. Ich muss Smoke werfen. Achso, hier boosten. Garage, denke ich. Ja, ich hab gesmoked, aber... Unten kurz. Oben auch... Catwalk... Catwalk and Short. Pushing outside. Der ist hinter der Kiste außen. Ja, das ist halt der Aave, ne? Rappen, geh rappen. Nehmen, Vance. Bombe dich, Blue Box. Schuss. Scheiße. Underhaven. Oh, Philipp. Oh Gott. Blue Box ist... Zwei noch. Zwei, zwei. Main, Main, Main. Okay, einer noch. Ich geh A. Wow! Streambar disconnect. Plente noch. Gut. Boah, ich wollt grad echt knifen, ne? Aus Rache von damals. Ah, Rush. Ah, 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 Rush, ey. Die SK ist halt schon geil, aber die ist halt mega unzuverlässig. So, jetzt noch quit. Alter. Wir sind jetzt quit. Du hast dich grad auch mal reingedrückt. Wie gesagt, ah, Rush. Wir sind nicht quit, Brat. Ah. Ich will aber nicht mehr. Einer ist Main, einer ist Main. Ja, ich hab noch einen Arsch so. Okay. Oh, zwei auf Pommes, zwei auf Pommes, zwei auf Pommes. Junge Philipp! Was denn? Ja, danke. Oben! Du Bitch, Pommes! Pommes. Lass mal's vermissen. Du bist der Print. Hahahaha. Nice. Der hat mich gemistert. Der haste verdient, du hast mich nicht gecarriert. Hä? Aber sch... Nein, das ist scheiße. Aber ist echt kacke. Du kriegst jetzt richtig den Headshot rein. Halt heute doch Maus gegenseitig anzugreifen, ey. Alter! 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 Du kriegst nicht mehr! Ah, Gott! Das Bratzer war zu laut. Garage, Scout! Yo, Scout! Das ist mal voll scheiße. Ich hab' keinen Hit an Natur. Ich hab' keinen Hit an Natur. Ich hab' keinen Hit an Natur. Flash! Warte! Warte! Der wollte nicht mal planten. Oh, Blue Box! Unten irgendwie auf A Spot war der... A Spotlass, geil. Der war Blue Box, irgendwie. Der kommt von... Wenz. Ey, es kann nicht sein, dass mit der MP7 einfach... Das ist gerade meine beste Waffe. Okay, du bist mal andere Geschwister, ey. Weißt du, jetzt kriegen wir wieder vor die Lappen, als wir gegen die letzte Runde hatten. Achso, ja stimmt. Ja, okay, das hatten wir zwar in der L.E., aber trotzdem. Du bist auf dieses Niveau, einfach auf die Schmerzen. Ich hab' das nicht mehr so ein bisschen zu schmerzen. Und das wären das auch, oder? Ja, da, 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 da. ZZ. Alter! ZZ! 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 Keiner ist Main Keiner ist Rampe Oh nein Wo sind die? Spass ey Hättest du einen früher töten können Pommes ist glaube ich einer Tim Ich geh mal Heaven Was machst du da an Molly hier hin? Hab die Bombe geplantet oder? Nein nein Pommes sind nur 3 Sekunden Wo ist die Bombe? Oh die ist B Schnell Schnell gehen Das sah so aus Auf der Mini Map Keiner ist Antitoch 100%ig Besser einfach Boah sind die schlecht Hättest du einen Der eine wartet und der andere tot ist Und der auch ist sie selber Das ist so schlecht Und ich hab nicht wirklich gut geaimt, das muss mir nur zu sein. Und ich hab die Schlüsse echt aus dem Bombenspot rausgelaufen. Also Rampe war grad clear gewesen. Ich chaser jetzt jemanden mit Ankündigung. Komm, pusht uns. Ja, ich... Auch nicht, glaub ich echt. Ja, der ist tot. Alter. Rampe pushing. Two guys. Bleib mal das, Vin. Alter, Tim. Killt die auch noch. Ich hab... Ich hab ein bisschen später reagiert. Ja, das hab ich auch gesehen. Oho, guck. Die Bombe. LOL. Wo wollt ihr mich? Alter, Sven. Hey. Ist jemand auf A oder was? Ich weiß nicht, weil die verloren hat. Ich auch nicht. Ich glaub nicht auf A. Alles. Pichachos. Hinter das A-Sport. Rechts hinterm A-Sport. Ist der letzte. So. Okay. Boah. Boah, Alter. Wir nehmen die grads los auseinander. Atme nicht in dein Mikro. Welchen Rang hab ich eigentlich? Ich will ja unbedingt Rang 40 werden. Ja. Willst du dieses... Neustarten? Weiß nicht, hab ich. Shut up. Nein, jetzt pusht er mich jetzt. Hat er mich geholt. Außen. Alter, wer guckt denn Blue Box, Mann? Er kommt außen vor. Hat meine AP gepickt. Komm jetzt langsam vor. Mann, ich muss schnell außen. Pöp. Mann, ich muss schnell außen. Pöp. 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 Einer kommt außen rein, ne? Ich sag's nur. Mit name AP? Schönen. Stark schön. Alter, das sagst du schlecht. Boah, das ist aber echt schlecht. Außen. Außen. Die Bombe da ist. Wieder dem 360. Neustarten. Neustarten. Mit der Negev geben. Die kämpfen halt bei uns da an der Kiste und bewachen die Bombe. Erst durch. Ich troll dir jetzt ein bisschen. Ich... 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 Ja, Tim. Die Bombe. Da ist jemand mit einer Awe. Der wird eh da irgendwo hinziehen. Du bist bei uns am... Ja, Tim. Du musst die Bombe jetzt holen, ne? Da ist irgendwo eine Awe, ne? Ich würde aufpassen. Wunder, Pustin. Ich gehste drauf. Brötter. Brötter. Du gehst drauf. Time. Littig. Ich... Und... Swans. 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 Lauf einfach mit der Bombe. Dead aim. Oh, oh, dead aim. Hinter die Awe. Zeit, 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 Zeit. Fächst einfach. Fächst einfach. Fächst ihn. Wamp. Wamp. So schlecht wie ich spiele, ey. Könnt ihr mich nicht als Cheater spielen? Oh, ich hab einen 24er Pink. Krass. 18er. 18er. Wer pusht denn da? Oh, das hat man. Arsebrot, oder? Komm, Blau, wir ficken jetzt. Nein, 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 nein. Chewoof and... Was macht der hinter mir? Wow, wie ist der durch Main gekommen? Einer ist rote Kiste und ein... Ich glaub, die sind beide outside, beide outside. One outside? Achso, das ist noch Tim. Der muss jetzt rechts in mir rote Kiste sein. Tim, du bist so scheiße. Boah, Tim, ey. Pushima, Adi, ne? Garage, irgendwo, oder? Der war da rechts in mir rote Kiste. Der hat 4 Chape, der Rest ist auf B-Spot jetzt. B? Ja. Also er hat da die Tür aufgemacht. Aber er hat auf jeden Fall 4 oder 5 Chape. Ich würde, wenn es gehen, dass immer man verwirrens. Na, lass den einfach spielen. Ach, der ist low. Ach, der ist low. Doch, keine Ecke. Ja. Kämpft da irgendwo in der Ecke. Du hast keinen Kid, ne? Da ist der. Da ist der. Kämpft ja nicht. Da ist der so dumm. Boah, Junge. Du leckst nicht, Tim. Ja. Beide. Habe ich... Oh. Ne, ich steck... Kann doch nicht gleich. Ich denke, ich habe einen 29er Pin. Anscheinend schon. Ja, Tim auch. Ey, Mann. Was? P9, äh, MP7? Lass mal beenden, Jungs. Ich muss richtig pissen, ey. Ich habe richtig Druck. Ja, hätten wir mal die 2 Runden nicht verloren, weil jetzt 10 Uhr. Hätten wir mal gewonnen. Also, Rampe, MP7 pushen. Der ist blau. Tim, okay. Oder MP9. Alter, ohne Spaß. Ich muss richtig dringend, ey. Das ist nicht mehr feierlich. Pssst. Doppel high out side. Okay, wo ist er denn jetzt? All right, bye. Rampe zu... Hast du den? Nein. Ja, von hinten. Ich wollte nicht für 60 mehr haben. T-Wurf. Oh Mann, du Bitch. Wo will ich mich holen? Oh Mann, du Bitch. Ich kann zum Ende noch ein bisschen deacal action. Wir könnten die Team mit jetzt gicken. Alter. Das wär richtig assi. Das wär richtig assi. Das wär richtig assi. Ey komm, lass machen. Nein. Ne, so assi wir wohl nicht. Das machen wir nur mit Leuten, die uns auf den Sack gehen. Ist das so? Ey Mann, Leute. Das ist assi. Ja. 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 Der Team mit geht ab. Auf Main. Ist auch so schlecht. Un-Main. 38... 36 HP. Coming Main. One is Main. Pushing. Letters Lobby. Boah. Alter, bitte beendet. Ich muss dort pissen. Wenn nicht bis gekehlt. Ja. Pssst. Die Rackarafelle. Hörst du das? Ach scheiße. Die zimt nicht. Ich brauche ne neue Flasche. crah Santa. Victor! Wtf! Hörps. Push den. Komm, hol nir. Klぁtsch wirki skek. Steht in der Smog, steht in der Smog Benutz die Granaten, die du hast Und life den Alter, ist dein Ernst? Du hättest, ich wusste, dass er darin steht Aber du hättest einfach von dem Geländer da reinspringen müssen Weißt du nichts Alter, ich muss das mal piersen, Junge Jetzt wende das einfach mal Zeus, ich warte jetzt um die Ecke mit der Zeus Zeus, ich mit der Nova Wir kombinieren unsere Waffen MG Zeus Haben wir nicht gerade Klatsch oder Kick gesagt? Ja, ne? Hab ich auch gehört, ne? Das war kein Klatsch Also gibt's einen Kick Ich hab irgendjemandem einen Headshot gegeben Ich war voll flatched Und tschüss, 1 AP, easy boys Wo sind die? Außen war, also sie sind außen, es waren zwei Und die Reste zwei ich nicht Das sind mal die Arkaya, würde ich sagen Habt ihr die Bombe schon gesehen? Boah Sind die am Spawn-AfK? Zeus Leifen, zu 5 Leifen, Jungs Zeus, habt ihr den gefunden? Ich auch, hab noch 3 AP fast gestorben Ich hab vorhin, wenn ich XP bekomme, wird das Game Obendecht 480 habe ich bekommen Ragen 37 Ich hab am Ende voll abgebaut, ich hab am Anfang voll gut Oha, ist klar Was für eine Ringe haben die gehabt? AK, AK Team G Lechterlich